Zukunftsweisende Zusammenkunft am Dienstag in Brüssel. Ins NATO-Hauptquartier waren die schwedische Außenministerin Linde sowie der finnische Außenminister Harvistor gekommen. Denn die Botschafter der 30 NATO-Staaten haben gemeinsam am Vormittag die Beitrittsprotokolle für die Aufnahme von Schweden und Finnland unterzeichnet. Durch die Unterschriften der Beitrittsprotokolle wird der NATO-Generalsekretär Stoltenberg ermächtigt, Schweden und Finnland offiziell zur NATO-Mitgliedschaft einzuladen. Die Protokolle müssen nun jedoch noch von den NATO-Staaten ratifiziert werden. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion Johannes Vogel teilte am Dienstag mit, dass der Bundestag dies bereits am Freitag durchführen will.